Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar ein kleiner Real Talk und zwar zu dem Thema, ja, Remote Duel. Ich habe hier auch wieder Stichpunkte aufgeschrieben, aber wie immer bei diesem Format werde ich hier kein richtiges Skript haben. Das heißt, ich habe jetzt nicht so krass irgendwie was vorbereitet, wie ich es sonst mache. Ebenfalls werde ich hier nicht schneiden. Und wie gesagt, das Thema ist heute Remote Duel. Ich finde Remote Duel ist ein Thema, was jetzt schon sehr lange praktiziert wurde, um darüber ein Urteil zu fällen, beziehungsweise dazu mal eine Meinung zu sagen. Und vor allen Dingen fragen sich natürlich mehr viele, wie findest du das, wie findest du dies das? Ja, heute hier zumindest zu Remote Duel. Zunächst einmal, ja, wie finde ich das Ganze? Naja, was soll ich sagen? Ich finde es an sich ganz nett, zunächst einmal, bevor ich genau sage, wie ich es finde. Was ist es? Remote Duel ist einfach Yu-Gi-Oh! spielen gegeneinander online, ohne dass man sich echt trifft. Man filmt sein Feld ab, also mit der Kamera und ja, redet damit. Meist funktioniert das Ganze über Discord. Früher hat man es sogar über Skype gemacht, aber das Offizielle ist halt jetzt über Discord. Das heißt, über Discord spielt ihr mit eben einer Facecam und am besten mit einem Mikrofon oder zumindest irgendwie Ton gegeneinander. Und dann spielt man halt ganz normal. Klar, man hat die Karten zwar selbst echt in der Hand, die gegnerischen Karten sieht man nicht. Den Friedhof des Gegners kann man auch nicht anfassen, etc. Ja, ist jetzt nicht optimal, aber ja. Aber das ist die Alternative halt gerade in dieser Situation irgendwie miteinander spielen zu können. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, wie finde ich das? Und die Antwort ist halt, ja, ich finde es eigentlich ganz nett und ich finde es auch eigentlich ganz gut. Eigentlich, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, es ist einfach cool nach langer Zeit. Also ich habe selber schon diverse Remote-Duel-Events gespielt, habe an der Remote-Duel-YCS teilgenommen. Und ich finde es einfach cool, wenn man selber Karten inhand hat. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, Mischen oder ähnliches oder, ja Leute, ihr liebt es, wenn das Leute in Videos machen. Ähm, ja. Äh, es macht einfach Spaß. Es ist cool, es ist nice to have. Und, ähm, ja, man hat es halt vermisst. Und es ist halt die Möglichkeit, dass man trotzdem noch spielen kann, trotz dieser Situation. Ich weiß, ähm, dass viele Locals halt, also eigentlich alle, also, ne, jetzt langsam kommen wieder Locals, die auch zum Teil öffnen. Aber, ähm, es gab halt auch Locals, die dann ewig geschlossen waren und so konnte man irgendwie spielen. Doch warum die ganze Zeit dieses eigentlich und die ganze Zeit dieses, ja, es ist an sich ganz gut? Naja, die Probleme, die halt existieren. Und wir fangen erstmal mit das an, was viele jetzt nicht unbedingt sofort auf dem Schirm haben. Und zwar die Qualität des Gegners. Und ich rede natürlich nicht das Spielerische, sondern ich rede von der Ton- beziehungsweise Bildqualität einfach. Und die schwankt sehr. Zum Teil hat man einfach ein super Setup, wo man denkt, okay, ähm, ist der irgendwie Streamer oder so? Und dann hat man ein Setup, wo man denkt, Alter, wo bist du im Gully oder so? Also, keine Ahnung, wo der seine, also sein Setup irgendwie aufgebaut hat. Denn man erkennt gar nichts. Entweder sind die Karten total überblendet, das heißt, man sieht so nix. Oder, ähm, die Karten sind komplett dunkel. Irgendwie hat er das Licht ausgeschaltet oder so. Man sieht auch nix. Oder einfach ein Pixelhaufen. Ähm, ja, weil die Kamera einfach nicht mal irgendwie, also nicht mal irgendeine hochskalierte Auflösung hat. Sondern einfach, gefühlt, erste Kamera der Welt mit einem Toaster aufgenommen oder so. Ja, und Tonqualität auch, ne? Manchmal denkst du dir so, Alter, ist dein Internet so schlecht? Oder hast du, hast, was benutzt du als Mikrofon da? Irgendwie auch dein Toaster oder so? Also, ja, ist schwierig. Aber was soll man sagen, ne? Man kann ja schlecht jemanden irgendwie disqualifizieren. Also, zu Beginn des Turniers. Hey, wir checken jetzt bei jedem das Setup. Und, ey, bei dir ist die Tonqualität echt unterirdisch. Du darfst nicht mitspielen. Ja, der hat sich trotzdem ein Deck gekauft, vorbereitet und so. Wäre schon natürlich unwirklich, mitzuspielen. Aber, ähm, ja, ist natürlich ein Problem. Aber ist halt eher lustig, weil man sich ein bisschen drüber lustig machen kann. Aber ist natürlich ärgerlich und nervt natürlich irgendwie auf eine Art und Weise. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, warum Leute sagen, ey, ich spiel kein Remote Duel. Remote Duel ist doof, blöd, whatever. Und zwar, cheaten. Ey, Leute, da cheaten alle. Das ist ja voll unfair. Und ja, Leute, Surprise. Bei normalen Yu-Gi-Oh! wird auch gescheatet. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hä? Ne, stimmt doch gar nicht. Bei Remote Duel wird viel mehr gescheatet. Ich sag mal so, klar, die Verführung ist wesentlich leichter. Aber letzten Endes, die Leute, die so cheaten, werden bei Remote Duel scheaten und umgekehrt. Klar kann man jetzt sagen, dass Remote Duel scheaten irgendwie, ob, so von der Logik her leichter ist. Ich meine, guck mal. Hey, drei Karten. Oh, Karten weg. Oh, drei neue Karten. Haha, ich hab jetzt drei Handtraps. Geil. Ja, of course, ich hab die Karten ausgetauscht. Und ist irgendwie viel einfacher als auf einem echten Event. Da kann ich ja nicht einfach meine Hand wegpacken und drei Karten neu nehmen. Ja, das stimmt. Das geht natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz haben schon Leute auf einem echten Event einfach unterste Deckkarte angeguckt. Oh, eine Ash. Oh ja, pff. Ich zieh einfach, während der Gegner nicht hinguckt, eine zusätzliche Karte. Ho, ich hab jetzt eine Ash in der Hand. Klar, ist cheaten. Aber findet halt leider auch statt. Nur bei Remote Duel ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen niedriger. Und man kann es sich mehr erdenken, dass da gescheatet wird. Aber wie gesagt, auf echten Events wird ebenfalls. Und ich gebe euch mal eben zwei Crashkurse, wie man das beheben kann. Das betrifft übrigens nicht nur ein normales Yu-Gi-Oh! Also jetzt im Remote Duel, sondern auch eben auf das normale TCG. Und zwar zunächst hebt immer unterschiedlich ab. Ihr dürft ja abheben, sagen zum Beispiel drei Karten oder so. Ja, okay. Mischt immer unterschiedlich ab. Zum Beispiel, sag doch einfach mal, ich will gar nicht abheben. Weil das heißt, er mischt. Und dann so, ja, lass einfach so. Ja, wenn er jetzt gescheatet hat und hier einen Brick umdreht, dann zieht er den. Oder wenn er gar nicht geschummelt hat, dann ist halt egal. Dann ist ja auch egal, dann ist eh zufällig. Also seid immer unterschiedlich, sagt immer andere Zahlen, würfelt aus, wie viele Karten ihr abhebt. Cuttet einmal, hebt dann drei Karten ab. Oder ähnliches. Und wie gesagt, das bezieht sich nicht nur auf Remote Duel. Das ist auch eigentlich sehr wichtig, dass ihr bei normalen TCG benutzt. Die, die eh nicht schummeln, ist das eh egal. Weil die haben eh alles random. Das heißt, es ist komplett egal, was ihr mit dem Deck macht. Wie oft ihr das abhebt oder nicht. Ist das egal. Aber bei Leuten, die das eben tun, kann das schon helfen, dem entgegenzuwirken. Zusätzlich wichtig ist folgendes. Und zwar, man sieht es jetzt hier vielleicht gar nicht so gut. Und zwar, sieht man das? Sieht man das? Ja. Und zwar, wenn Karten falschrum entdeckt sind, dann kann man das an der Seite nicht sehen. Auch von vorne oder hinten. Zum Teil halt schon. Und so können Leute halt cheaten. Karten, wie merkt ihr das? Naja, wenn Leute Narem mischen, irgendwann an ihr Deck gehen und die ganze Zeit so hier machen. Oh ja. Oh ja, ich überlege noch, was ich... Oh ja, umgedreht. Oh ja, ich dreh die auch nochmal um. Oh ja, ich dreh die auch nochmal um. Oh ja, die drehe ich auch nochmal um, ne? Oh ja, und die drehe ich auch noch um. Ja, also wenn Leute halt anfangen, ihr Deck wieder richtig hinzudrehen. Könnte da was verdächtig sein? Einfach sagen, ey, leg mal dein Deck bitte auf den Tisch. Holen, Judge. Dann guckt er sich das Deck an. Wenn er merkt, dass da Karten umgedreht sind und dann auch gewisse Karten, dann ist er vielleicht hochgenommen worden. Und wichtig, viele legen ihr Deck vielleicht so hin. Sagt einfach, leg euer Deck bitte so hin. Nach vorne, dann kann man das sehen. Das Handkartenproblem wurde ja schon ein bisschen aufgelöst, indem Konami gesagt hat, dass immer die Handkarten zu sehen sein müssen. Wenn nicht, ist das automatisch halt, ja, Disqualifikation bzw. Game Lost. Da tut Konami was. Also, Sheaten findet statt und ist blöd. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, man kann ein bisschen was dagegen tun. Und, ähm, ja, was kann man hier, nächster Stichpunkt, dazu sagen, kann man das Ganze ändern? Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, wie man ein bisschen der Sheeten gegenwirken kann. Und, ähm, bei der Qualität zum Beispiel, ja, Konami versucht da was zu machen. Und zwar, wenn, zum Beispiel YCS Tops, hat jeder halt eben volles Equipment zugeschickt bekommen. Und konnte dann dementsprechend halt mit guter Kamera und sogar Mikrofon eben halt spielen. Das heißt, die Leute hatten ein gutes Setup. Das kann man natürlich nicht gewährleisten für jeden Spieler, wenn auf einmal auf einer YCS alle von Konami irgendwie Equipment geschenkt bekommen. Ja, ist doch ein bisschen viel, würde ich sagen. Aber, sind wir mal ehrlich, ähm, es geht in erster Linie ja um den Spaß. Und, ja, natürlich ist es irgendwie blöd, wenn man die Karten nicht richtig erkennt. Aber, wie gesagt, wenn man dann sagt, hier, halt die Karte mal ein bisschen dichter dran, so. Also, halt so, ja, ich habe Speedtool-Karten. Ähm, ein bisschen dichter dran, dann geht es ja auch meistens. Und, äh, ja, die Karten, man kennt ja doch irgendwo was. Klar, nur ein paar Pixel, aber man weiß, okay, da spielt Dragon Link. Okay, da wird jetzt ein Savage Dragon liegen. Da liegt auch ein Würfel drauf für den Zähler. Ja, offensichtlich eine weiße Karte und irgendwie sieht die optisch doch ein bisschen pixelmäßig wie Savage Dragon aus. Wird dann der Savage Dragon sein, ne? Also, man kann ja schon doch ein bisschen gucken. Und, ähm, ja, das Cheating-Problem, ja, Leute, das wird man halt leider nie in den Griff kriegen. Aber mal ehrlich, wenn ihr eure Locals irgendwie unterstützt und halt Remote-Duel-Locals spielt, hey, Leute, ihr kennt da fast alle. Und wenn der ständig cheatet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal Hops genommen wird, wahrscheinlich höher. Und, ich meine, das Dumme ist halt, wenn du Hops genommen wirst, wirst du gebannt. Also, das Dumme ist jetzt nicht, dass man gebannt wird, sondern das Dumme ist, ich verstehe nicht, warum man das tut, weil das Risiko viel zu groß ist. Ähm, Yu-Gi-Oh! ist jetzt nicht so, dass du bei einer Locals irgendwie 100.000 Euro verdienen kannst. Dementsprechend, ja, wow, Glückwunsch. Sie haben jetzt zwei OTS-Packs mehr gewonnen. Dafür haben sie jetzt gesheetet. Ähm, und vielleicht ein Bann riskiert. Geil, super Typ, äh, gefällt mir. Also, Leute, sheeten ist nicht cool. Lasst es einfach, ähm, denn irgendwann werdet ihr sicherlich Hops genommen. In der Remote-Duel-Site wurden diverse Leute gebannt. Ähm, also, es wurden einige Hops genommen, ähm, und ich hoffe, dass in Zukunft halt einfach immer, wenn ihr was... Also, ich hoffe einfach, dass es würde irgendwann auffliegen. Wie gesagt, ihr könnt gegenwirken. Tut es einfach, was ich so ein bisschen gesagt habe. Und, ähm, ja, dann wird das schon. Ähm, wie finde ich es trotzdem? Naja, die ehrliche Antwort ist, ich finde es immer noch gut. Remote-Duel ist die Variante, obwohl das Spiel halt nicht online stattfindet, ist trotzdem spielen zu können. Es ist nicht super. Zweifellos. Aber es ist eh nur eine temporäre Sache. Remote-Duel soll jetzt nicht etabliert werden. Und jetzt machen wir Remote-Duel-Weltmeisterschaften oder so. Nein, sowas wird nicht stattfinden. Vielleicht war die YCS jetzt sogar die letzte YCS, also die erste und letzte YCS, die wir im Remote-Duel je gespielt haben. Hoffen wir zumindest. Denn wenn nicht, würde es bedeuten, dass irgendwie eine neue Pandemie ist oder irgendwas anderes halt passiert ist. Wäre natürlich nicht so geil. Also es könnte sein, dass es die letzte YCS jetzt war. Die erste und letzte, wie gesagt. Und dementsprechend, ja, finde ich super. Es ist einfach eine Alternative, das Spiel am Leben zu halten. Wir haben Streams, wir haben aktuelle Meta. Also wir haben quasi eine Meta, weil wir haben ein Event mit über 1000 Leuten. Und da haben sich halt Decks durchgesetzt. Finde ich sehr, sehr gut. Ist sehr, sehr cool. Die kleine Downside, wie gesagt, habe ich ja schon bereits gesagt. Die muss man leider hinnehmen. Und ich denke mal, ja, das ist es wert. Auf jeden Fall. Was wäre die Alternative gewesen? Die Alternative wäre einfach gar nichts zu machen. Yu-Gi-Oh! ist dead. Ja, wow. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Dementsprechend finde ich Remote-Duel einfach sehr, sehr gut. Und Leute sollten dem nicht so komplett negativ gegen sein. Von wegen so, Remote-Duel ist blöd, Remote-Duel ist Müll und so. Ja, Leute, vielleicht hat das System Probleme. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Und die Alternative ist es nicht, also gar nicht zu spielen. Und das ist halt einfach keine Alternative. Und ja, Leute, Master-Duel kommt. Und wenn wir Glück haben und alles so läuft, wie wir wollen, dann haben wir die Online-Variante und brauchen kein Remote-Duel mehr. Ja, okay. Aber es war in der Entwicklung und war halt noch nicht fertig. Dementsprechend mussten wir uns jetzt mit Remote-Duel halt zufrieden gehen. Und ich war sehr zufrieden. Es hat vielen Leuten trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel am Leben gehalten. Und das finde ich, ja, ist das Wichtigste. Denn wir wollen alle dieses Hobby noch sehr, sehr lange machen. Und vor allen Dingen halt auch durchziehen. Mir macht es sehr viel Spaß. Und das war halt die einzige Möglichkeit quasi, dies zu tun. Und dementsprechend sage ich, rückblickend und auch für die Zukunft. Remote-Duel hat seine Schwächen. Aber dennoch war es einfach die beste Möglichkeit, eben Yu-Gi-Oh! am Leben zu halten. Und ich wiederhole mich hier wieder. Ja, so ist das halt irgendwie eben ohne richtiges Script. Ja, letzter Punkt. Wie gesagt, ich finde es gut. Die Community ist am Leben geblieben. Und hat sie auch zusammengeführt. Denn auch das gemeinsame Empören gehört dazu. Und ja, verstärkt einfach nur die Community. Und deswegen. Letzten Endes kann man einfach nur sagen, ja, schnell gehandelt. Klar, es hat ein bisschen gedauert, bis Remote-Duel irgendwie angelaufen ist. Aber dann war es halt die einzige und richtige Alternative. Und ich bin froh, dass das Ganze eben stattgefunden hat. Vor allem in der YCS. War schön einfach zu sehen. So ein Riesen-Event online fertig zu kriegen, ist auch cool. Gerade mit dem deutschen Internet ist es sehr cool, dass es halt für die meisten geklappt hat. Wie gesagt, Probleme gibt es überall. Und ist halt leider so. Und das war auch der kleine Real-Talk eben zu Remote-Duel. Das ist halt nur meine Meinung. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, negative Seiten gibt es halt fast überall. Und gerade auch bei dieser Sache. Es ist halt offensichtlich, dass das passiert. Aber ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben. Welches Thema euch in Zukunft noch interessiert. Zu welchem Thema soll ich mal ein Real-Talk machen? Also was interessiert euch? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare. Und irgendwie weiß ich auch nicht. Am Ende wird es doch immer wieder so, als hätte ich irgendwie ein Script. Und deswegen würde ich sagen, das war es von mir. Euch einen wunderschönen Tag. Und dann noch viel Spaß beim Duellieren. Und dann noch viel Spaß beim Duellieren. Und dann noch viel Spaß beim Duellieren.